ja guten morgen youtube freunde sonntagmorgen viertel nach acht wer bewässern kann bewässerte ist heute morgen ein bisschen starker wind man sieht es an der ab trifft viel wasser wird davor geblasen mein nachbar ist am bewässern und ich lasse hier trocknen und bewässere mein blumenfeld mehr kann ich nicht ich habe keine bewässerungsanlage bin immer auf den gut will meine nachbar angewiesen wenn ich da kartoffeln bewässern will manchmal klappt es noch feucht aber riecht gut wenn ich zeit finde heute werde ich vielleicht einmal wenden da wir ja wie gesagt gäste haben im garten bleibt für den bauerhausen nicht viel zeit zum bauern er steht er muss getränke herumtragen und hinter dem smoker stehen das gleiche ist bei mir auf dem blumenfeld ein bisschen im kleineren rahmen aber das ist auch dort nicht so günstig allerdings der strahl ist auch nicht so fein der ist viel grober als bei einer so bewässerung die